Demnächst in Akte X. Warum verbrennt Debitoy mal? So. Shift gedrückt halten. Oh ja. Du willst oder soll ich? Du. Trauer mit mir. Wo war gerade der Fehler? Ich glaube... Ich habe es einfach nicht geschafft, ne? Oder du musst auf das kleine Ding da unten einfach springen. Ach so. Kann auch sein. Debitoy. So. Ich spring jetzt fort. Hi. Hi. Wie geht's? So. Ui. Zack. So. Oh warte, Entschuldigung. Ich bewege mich nicht mehr. Ich bewege mich nicht mehr. Ich bewege mich nicht mehr. So. Ich versuch das mal. Wo ich mein Holz her habe, das weiß ich gar nicht mehr. Ey. Das war falsche Richtung, wo aus wir hier gesprungen sind. Du bist wieder raus. Ja. Das war jetzt nicht so schlau. Das war falsche Richtung. Ich sehe auf einmal diesen Block, den du da hingesetzt hast und frag mich, hä? Hier war irgendwas falsch. Deswegen war der auch da, damit dir das bekannt vorkommt. So, warte, ich bin dran. Mann! Hilfe! TP Debitoy. Oh, da ist aber jemand gut informiert. Sieben Jahre verheiratet, ooooh. Wer, ich? Wer, ich? Spring! Ich auch. So. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll man das denn? Hallo? Schräg hinter dir ist da, du Dings. Ja, da, ich weiß, aber... Uh. Das geht doch... Wow. Cool, vorharte mich. Oder spring eben rüber. Geil. Warte, dann schaffe ich das auch eben. So. Mann! Gut. So, hier. Ich soll den Chat zeigen? Wie soll ich das denn machen? Ach so, reinziehen. Was hat das für einen Sinn? Das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Hä? Das ist doch... Oh, viel zu weit weg. Ah. Hä? Da unten ist auch ein Stein. Aber bringt doch nichts. Warte, bleib mal kurz stehen. Nee, bringt gar nichts. Ja, so erst recht. Kannst du vergessen. Hä? Ich verstehe gerade gar nicht... Ja, Matsch. Schalter. Hm. Mysteriös. Äußerst mysteriös. Irgendwie müssen wir es doch schaffen, darüber zu kommen. Nee, ist doch nichts, ne? Nein, hier ist gar nichts mehr. Ich versuche nochmal darüber zu springen. Kein Schalter, kein Knopf. Du stehst voll in der... Kein Bild, kein Ton. Ich komme schon. Hm. Oh. Ja, das geht nicht. Aber hier ist doch ein Fehler drin, oder nicht? Der Block ist falsch. Die haben eindeutige Knick in der Optik. Das geht gar nicht hier. Das geht nicht. Nein, geht auch nicht. Er macht erstmal einen Stein kaputt. Hä? Der hat gar nichts gedroppt. Ah, hier geht der gar nicht. So. Wow. Jetzt haben wir den Kunstwerk erschaffen. Ich glaube, andersrum kommen wir da nicht drüber, oder? Das ist doch... Wie soll das denn gehen, bitteschön? Ich bin mir gerade selbst auch nicht so sicher, weil vom Springen her an sich, äh... Ähm, kennt andere die Map? Ist das schon zu schaffen? Ist das zu schaffen? Doch. Nein. Das doch war aber doch für was anderes, oder? Doch. Das... Das geht nicht. Dem Eto, das geht? Ja, so lange geht der im Stream nicht mehr, weil der... Alex, du musst eine Hausaufgabe machen. Genau. Ne, geht auch nicht. Wie soll das denn gehen? Guck mal, wie weit das ist. Das kann gar nicht gehen. Toll. Was machen wir jetzt? Ich nehme erst mal ein paar goldene Äpfel mit. Oh. Oh. Erst mal reinhauen. Kandierten Apfel. Oh. So, jetzt renne ich schneller. Ernsthaft? Ne, keine Ahnung. Ich blubber irgendwie. Ich blubber, das heißt, ich renne schneller. Los, dann lauf. Warte. Ah, ne, doch, war nix. Ah, goldene Äpfel. Punkte Stand Null. Das kann nicht klappen. Ach, nur Mathe. Mathe muss er machen. Soll ich da eben, äh, mal eben rüberfliegen? Ja, mach mal. Aber hol mich eben dazu. Nein, ich würde ja wenn, dann, ähm, eh sowieso aufhören. Also nicht wegen Alex oder so. Hallo. Ich wollte auch noch was an der Website basteln. Flieg mal. Lass nicht fliegen, du läufst in der Luft. Nein. Wir nennen, ich hab so 10, also so Flügel an den Schuhen, so wie dieser Hermes der Götterboote, weiß nicht. Ah, cool. Also wenn einer weiß, woher die Hodenplanks sind, dann soll er mir das schreiben, weil ich weiß das echt nicht mehr. Ich würde den auch gerne fragen, ob ich den benutzen darf. Porte mich. Hm, bin dabei. Sponsor mich. Zack, bist du da? Ja. Okay, hier müssen wir her. Da, warte. Hui. Boah. Geh ich auch mal aus? Raus. Weg mit dir Feuer. Das geht aber gar nicht, ne? Doch, irgendwann wird das passieren. Hoffentlich. Vielleicht. Ein bisschen. Ach, sauber. Jetzt spring. Also ich finde diese Schwierigkeit gerade ziemlich hoch. Hm, ist zu hoch für uns. Das ist dann auch nicht mehr so toll, weil man dann nicht mehr so voll fett abspringen kann. Soll ich dich zu, zu mir denken? Ohne Scheiße, dann müsste jetzt den kompletten Level wieder laufen. Mhm. Ich hätte ja sowas von keinen Bock drauf ohne Porten. Warte, ich probiere das mal. Ich nehme jetzt dein Bett mit. Was? Was kommt das denn? Das ist doch... Oh Gott. So. Ja. Boah. Okay, so kann ich das natürlich auch machen. Boah. Boah. Verdammt. Oh. Haha, ich hatte einen Lauf. Ich weiß nicht, ob immer läuft der da rum. Gott. Was ist los, so? Das war der goldene Apfel, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich springe hoch und bin schon tot. Haha. Genau. So. Zack. Du schaffst das. Beow, beow. Wow. Der hat wieder einen Lauf. Penis. Ey, wieder an dieser verkackten Stelle. Oh, es ruckelt krass. Ja, ich mach mal kurz Regen aus. Wenn ich das irgendwie kann. Ach so. Deswegen. Es regnet. Hm. You only can sleep at night. Ja, ich mach grad mal den Regen aus. So. Und jetzt bist du auch wieder bei mir. Ach, sauber. Okay, jump. Ja. Das darf nicht sein. Ich sterb immer schon da oben. Okay, ich bin mehr dran. Genau. Das ist jetzt auch keine Ausrede oder so. Aber irgendwie hat die Decke was gegen mich, glaube ich. Egal, du schaffst das schon. Guck da. Oh. Also, ihr könnt mich auch für Gamescom aufnehmen, wenn ihr wisst, wie ich aussehe. Genau. Ich hab den Knopf gedrückt und... Nee, ist nicht auf. Okay. Möchtest du? Hm. Boah, ich bin nicht in der... Doch, ich bin in der Luft verreckt. Pass auf, ich versuche jetzt noch einmal und dann fliegen wir da durch. Ja. Weil wir wollen dann zum Ende dieses Levels noch kommen. Ja, es soll nicht allzu lange dauern. Ah. Okay. Ich supporte dich zu mir und dann fliegen wir hier durch. Genau. Oh, nee. So, soll ich dich auch eben so machen, dass du fliegen kannst? Ja, bitte. Wir cheaten jetzt gerade ein bisschen. So. Hier. Also, bis hier bin ich gerade gekommen. Nee, gar nicht. Bis hier bin ich gekommen. Ja. Ich bin eigentlich schon längst durchgekommen, also von daher. Boah, wie hoch ist das denn? Bitte schön. Wunderschöner Ausblick. Wunderschön. Die Welt von nichts. Ich sehe, ich sehe mir das mal eben an. Ey, sind die wahnsinnig? Die sind auch bekloppt. Das hätte man noch nie geschafft. Wow. Oh Gott. Ach. Ach du Scheiße. Wie soll man... Bist du den Leiter da unten? Das geht aber gar nicht. Weil hier ist der Schalter und ich finde, wir müssen uns reden. Oh, verdammt. Ich habe... Ich habe noch die falsche Taste gedrückt. Auf einmal bei der Schal... Achso, ich verstehe schon. Ich muss... Ich kann gar nicht verbrennen. Oh, verdammt. Moment. Ich regele das schon. So, Schalter gedrückt. Und jetzt können wir sterben. Warte, ich mache dich mal eben wieder zurück. Jetzt müssen wir noch das Master Level machen. Sollen wir das jetzt auch noch eben schnell... Was? Das Master Level durch aufnehmen oder anderes Mal? Kommt jetzt drauf an. Ja, ich glaube, das Master Level schaffen wir nicht mehr, weil das ist schon relativ... Ja, wenn das hier schon krankedauert, dann... Ich meine, wir können ja mal reinlunzen. So ist das ja nicht. Ja. Also wir gucken jetzt mal den Anfang von dem Master Level. Bah. Auf einmal... Da jump ich jetzt so... Ist bestimmt eine Verarschung. Pass auf. Da ist bestimmt gar nichts drin. Mhm. Das ist doch so, da denkst du... Oh nein, jetzt kommt Master. Und dann läufst du nur eine Treppe hoch und dann ist Ende. Master Level geschafft. Oh doch, sie doch schon... Oh. Ja. Ja, aber bisher war es relativ einfach. Also dieses Level. Ja, bis jetzt ist er auch... Oh. Ja, genau. Genau. Bin irgendwo runtergefallen. Auf der Treppenstufe oben muss er jetzt springen. Die aus der Lava guckt. Hey, guck mal. Wie bin ich denn hier hingekommen? Warte, kann ich nicht theoretisch hier eben rüber schwimmen? Oh Gott, bin ich tot. Ist ja richtig. Genau. Ich bin schon wieder in Lava geschwommen. Ich bin hinter dir. Oh Mann, ich wäre jetzt fast durch. Genau. So, warte. Ey, ich hab's geschafft. Mein Gott. Das ist aber super krass. Nee, warte, ich teleportier dich mal zu mir. Halt am besten Schiff gedrückt. Ah ja, genau. Schiff gedrückt halten, nicht rennen. Also wir können jederzeit einen Stopp machen. Dann starten wir beim nächsten Mal ab dieser Stelle. Also das klappt doch. Achso, das geht oder was? Ja, klar. Boah. Wartest du kurz? So, zack. Oh ja. Einfach jetzt hier durch. Und hopp. Hä? So. Hallo. Hier. Hier ist... Ah, hier. Hier. Einfach reinspringen. Ach jo. So. Ah. Hier am Rand her. Ich glaube Master Level heißt nur mehr Lava. Ich bin tot, ich bin tot. Nämlich bin ich gar nicht tot. Komm, du schaffst das. Der brennende Debitor kommt. Oh. Oh. Ich bin so heiß. Okay, wo müssen wir hin? Hä? Ach, hier gehen die ganze Zeit Sachen auf. Ach du Scheiße. Kannst du dich wieder auf den Knopf stellen, dann probiere ich mal als erstes. Ja, ich glaube mehr kann ich eh nicht, weil ich brenne ja eh. Vielleicht nicht mehr. So, Moment. Der erste. Ich mache mal ein paar Lianen weg, damit ich auch was sehe. So, da ist der zweite. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, komm. Du schaffst das. Ja, sauber. Ja, jetzt hättest du gern Apfel, ne? Jetzt hättest du gern Apfel. Hast du Äpfel? Nö. Genau. Wenn der das gleich geschafft hat, dann springe ich da rüber. Sollte nicht allzu schwer sein. Oh Mann, jetzt. Nein, ich öffne keinen Stand auf der Gamescom. Doch auf den Garmiano-Stand müsst ihr gucken. Debitor's Äpfel-Stand. Der Elpea-Stand. Los. Für Penis. Achso, ich soll springen. Warte, pass auf. Deo. Hallo. Hilfe. Soll ich dich porten? Ja, porte mir nur einmal. Nee, ich stehe jetzt schon auf der anderen Seite. Das heißt, anders geht es auch eh nicht. So. Oh. Wow. Huh. Huh. Das setzt geradeaus hier so eine Mindcard-Bahn. So, als ich durch den Boden geguckt habe. Wah. Huh. Äh, ich glaube mal hier rüber, oder? Da rüber? Verdammt, verdammt. War falsch. Ich versuche mal zu dir zu springen. Okay, bleib am besten am Leben. Oh. Also, ich habe auch Twitter, aber da mache ich so gut wie nichts. Da wollte ich mal meinen YouTube-Channel mit verknüpfen. Aber dann heißt das Spam, aber okay. Oh nein. Schaffe ich. Oh. Bist du auch lieber bei Facebook, ne? Ja, irgendwie schon. Also, Twitter habe ich sowieso noch nicht so oft benutzt. Ich weiß auch noch gar nicht richtig, wie das geht mit den ganzen Hashtags und at dem und dem und alles mögliche. Ne. Facebook einfach startet, zack, fertig. So. Schaffst du das? Jo. Okay. Dann warte. Ich schaffe das jetzt nämlich sofort beim ersten Mal. Boah. Boah. Schwimmt sogar. Krass. Boah, ich bin so gut. Nein, Lauf, Schwimm. Boah. Geschafft. Lauf, Schwimm. Boah. Los. Schwimm. Boah. Ein Herz. Uh. Beinahm brennen. Ich muss immer zwischen den Schmerz springen. Ah ne, das geht nicht noch so weit. Let's brennen together. Let's burn together. Ja, burn. Moment, ich habe es gleich. Der Typ muss sich eben noch auskohlen. So. Ach. Verdammt. Wir sind doch fertig, oder? Obwohl. Wo bist denn du? Ja, irgendwo hier. Jetzt kann ich so einen Knopf drücken. Ja, warte mal kurz. Am besten irgendwo, wo es sicher ist. Ach. Ach, da bist du. Boah. Ja. Also, irgendwo ging jetzt hier gerade was auf. Ach, da hinten. Warte, ich komme mal wieder zu dir. So, zack. Hi. Irgendwas passiert jetzt hier. Oh. Ah. Eigentlich wollte ich den Stein schlagen. Ähm. Hm, was hast du gemacht? Warte, bleib mal kurz stehen. Ah. Geh mal da hinten in die Ecke. Warte. Jetzt. Ah. Oh. Warte, nochmal. Ganz schnell. Warte. Bin durch. Das schaffe ich aber. Das geht. Warte. So, hier. Lauf mal einfach weiter. Warte, ich probiere es mal. So, aufgeschafft. So, hu. Ha. Ui. Ich warte mal. Ich glaube, der Pilz hier oben. Warte, ich komme hinterher. Autsch. Nein, verdammte Scheiße. Oh nein, beide tot. Penis. Na gut, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Livestream mal. Wir sind im Dungeon 7 Master. Wir fliegen einfach zu dieser Stelle das nächste Mal hin. Genau, und dann gucken wir nochmal. Wahrscheinlich wird es dann kein kompletter Livestream mehr, wo wir dann zusammen zocken. Oder wir legen das einfach nach. Müssen wir mal gucken. Und ansonsten noch viel Spaß. Jo. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.